Keine Lust auf deutsche Bürokratie? In Australien ist vieles total egal, was in Deutschland streng verboten ist. Mein Name ist Chris, geboren und aufgewachsen in Deutschland und jetzt seit mehr als 15 Jahren in Australien. Und abonniert gern bitte diesen Kanal, wenn euch das echte Leben in Australien interessiert. In Deutschland illegal, in Australien absolut kein Thema, darum geht es heute. Es sind ein paar leichte und ein paar harte Themen dabei, also schnallt euch an, stellt das Popcorn bereit. Es geht sofort los. Das erste Thema, über das wir reden, ist das Wildcampen. In Deutschland gibt es da komplizierte Gesetze zu. Prinzipiell ist wildes Campen nicht erlaubt, aber es gibt auch Ausnahmen. Zum Beispiel darf man in einer Notsituation auch mal draußen schlafen oder man darf in seinem Fahrzeug schlafen, wenn es dazu dient, die Fahrtüchtigkeit wieder herzustellen. In Australien ist das ganz anders. Da ist wildes Campen eigentlich immer erlaubt, es sei denn, es ist ausdrücklich verboten. Und verboten ist es vor allem in den Gegenden, wo viele Touristen ihr Unwesen treiben, zum Beispiel an den Städten der Gold Coast, der Sunshine Coast oder auch in Byron Bay und in vielen anderen Städten entlang der Küste. Da sieht man dann entsprechend alle paar Meter Hinweisschilder, dass man hier nicht in seinem Van pennen darf. Grundlegender Unterschied also, in Deutschland ist es verboten, wenn es nicht erlaubt ist. In Australien ist es erlaubt, wenn es nicht ausdrücklich verboten ist. Kurzer Einschub, bevor ich zum zweiten Punkt komme. Ich bin kein Jurist und ich kann die Korrektheit dieser Informationen im Detail natürlich nicht gewährleisten. Außerdem sind Deutschland und Australien föderalistische Demokratien. Das heißt, wir müssten hier theoretisch auch die Gesetze der einzelnen Bundesländer miteinander vergleichen. Und dann wird es schnell sehr kompliziert. Was ich euch hier präsentiere, ist also allgemein richtig. Aber ihr könnt sicherlich, wenn ihr wollt, online noch viele Details finden. Gerade was die Unterschiede zwischen den einzelnen Regionen betrifft. So, nächstes Thema. Seid ihr früher gern zur Schule gegangen? Falls nicht, dann wird euch das nächste Thema wahrscheinlich interessieren. In Deutschland gibt es ja die Schulpflicht. Das bedeutet, es gibt gesetzliche Regelungen, die in der Bundesland variieren, wie lange und ab wann ein junger Mensch die Schule besuchen muss. Das bedeutet, ein Schüler muss ab ca. 6 Jahren die Schule besuchen und hat dann üblicherweise eine Schulpflicht von 12 Jahren. Wobei diese Zeit auch teilweise aus Ausbildung bestehen darf. Geldstrafen fallen entsprechend an, wenn man die Schulpflicht verletzt. Der Bußgeldkatalog zählt auf, dass man z.B. in Hessen bis zu 1.000 Euro Strafe zahlen muss und in Mecklenburg-Vorpommern sogar bis zu 2.500 Euro. Und hier kann sogar auch das Verletzen der Schulpflicht als Straftat geahndet werden mit einer Freiheitsstrafe bis 6 Monate. In Australien ist das ganz anders. Erst einmal ist die Schulpflicht viel kürzer und besteht nur vom 6. bis zum 15. Lebensjahr. Und zudem ist Homeschooling prinzipiell erlaubt. D.h. wer seine Kinder zu Hause unterrichten möchte, der kann das in ganz Australien einfach so machen. Beim Homeschooling gibt es Regeln und man muss ein gewisses Pensum schaffen, aber man hat auch viele Freiheiten. Wer z.B. mit dem Material schon nach ein paar Tagen durch ist oder eine Woche vor den Ferien, der kann auch in Urlaub fahren und niemanden interessiert ist. Generell ist es auch viel einfacher, seine Kinder vom Unterricht zu befreien, was in Deutschland wirklich unsagbar schwierig ist. Beispiel dazu, wenn man hier in der Schule sagt, man fährt als Familie, die ursprünglich aus Deutschland kommt, vielleicht auf Heimurlaub nach Deutschland, man möchte zwei Wochen nicht zur Schule gehen, dann wird niemand ernster was dagegen sagen. Ganz im Gegenteil, Lehrer und Direktoren werden entsprechend positiv gestimmt sein, werden sagen, dass so eine Reise was ganz Tolles für die Kinder ist. Hier hat man wirklich als Einwanderer kein Problem, auch mal längere Urlaube zu Hause zu machen. Niemandem interessiert das wirklich, ob die Kinder jetzt regelmäßig zur Schule gehen oder nicht. Beide Systeme haben klare Vor- und Nachteile. Und wenn euch das Thema Schule interessiert oder ihr einen Kommentar dazu abgeben möchtet, dann könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun. So, bewegen wir uns jetzt in Richtung Landwirtschaft. Seit 2007 gibt es in Europa keine Zulassung mehr für den Einsatz des Unkrautvernichtungsmittels Paraquat. Denn dieses wurde als extrem giftig für Menschen und Tiere eingestuft und hat schon für viele Todesfälle gesorgt. Es ist so giftig, dass ein Schluck ausreichen kann, um einen Menschen zu töten. Meines Erachtens hat das viel zu lange gedauert. Ich habe zum Beispiel einen Spiegelartikel aus dem Jahr 1983 gefunden. Da wurde bereits über die schweren Schäden berichtet, die das Mittel hervorrufen kann. Link dazu in den Quellenangaben, falls euch die Details interessiert. Leider hatte man diese Einsicht in Australien noch nicht. Und Paraquat ist hier noch ein super weit verbreitetes Unkrautvernichtungsmittel, das man im Gartenfachhandel kaufen kann und im Schuppen lagern kann. Im Internet findet man viele australische Seiten, die das Produkt beschreiben und zum Beispiel Anleitungen zur Verwendung herausgeben. An dieser Stelle spare ich mir weitere Ausführungen. Aber wenn ihr zu dem Thema etwas sagen möchtet, dann könnt ihr das natürlich gerne tun. Generell, nicht nur auf Pestizide und ähnliche Produkte bezogen, muss man sagen, dass Australien, was die Regulierung von solchen Substanzen und Stoffen angeht, Europa immer deutlich hinterherhängt. Kurzer Hinweis, ich habe bereits ein Video gedreht, in dem ich genau das Gegenteil aufliste. Also Dinge, die in Deutschland erlaubt sind, aber in Australien verboten. Jedes Land hat nun mal seine eigenen Gesetze und Prioritäten. Und manchmal machen die Sinn und manchmal eben auch nicht. Wenn ihr auf einzelne Punkte auf dieser Liste eingehen wollt, hinterlasst mir gerne einen Kommentar. Da freue ich mich mal sehr drüber. Und ich gehe auch gerne darauf ein. Bleibt aber bitte immer fair und konstruktiv. Kommen wir nochmal zurück zum Straßenverkehr. In Deutschland ist ein Autofahrer ja verpflichtet, ein Warndreieck, einen Verbandskasten und eine Warnweste mitzuführen. In anderen Worten, es ist verboten, ohne diese lebensrettenden Gegenstände ein Auto zu fahren. In Australien gibt es dazu keine einheitliche Regelung. Und in vielen Bundesstaaten ist das Mitführen dieser Dinge nicht verpflichtend. Ich habe auch mal einen Facebook-Post gesehen, wo sich jemand Mercedes gekauft hat und ganz überrascht war, dass da hinten im Kofferraumdeckel so ein Warndreieck drin war und er wusste gar nicht genau, was das ist. Hat entsprechend andere Autofahrer gefragt, ob die wüssten, warum da so ein komisches Gerät im Kofferraum seines neuen Gefährts ist. Auch der in Deutschland obligatorische Besuch eines Erste-Hilfe-Kurses als Teil des Führerscheintrainings, das gibt es in Australien nicht. Und tatsächlich muss man ja in Australien nicht mal eine Fahrschule besuchen. Es genügt, wenn einen hier Eltern oder ältere Geschwister unterrichten und man dann seine Prüfung macht. Auch um den Straßenverkehr dreht sich das nächste Thema. Denn in Deutschland ist es verboten, mit dem Fahrrad und dem E-Scooter auf dem Gehweg zu fahren. Auf dem Gehweg darf man ja nur dann Fahrrad fahren, wenn das Zusatzzeichen Radfahrer-frei aufgestellt ist und auch nur mit Schrittgeschwindigkeit. Dasselbe gilt auch für Fußgängerzonen. Da gibt es dann jede Menge Zusatzregeln für Kinder. Die müssen den Gehweg bis zum vollendeten achten Lebensjahr benutzen, wenn es keinen Radweg gibt und dürfen ihn auch bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr benutzen. In Australien gibt es Bundesstaaten wie Victoria und South Wales, in denen das ähnlich ist. Aber es gibt auch Bundesstaaten wie Queensland, das ACT oder das Northern Territory, in denen das einfach erlaubt ist. Bevor ihr euch auf euren Drahtesel schwingt, googelt vorher, wie die Regeln in dem Bundesland sind, in dem ihr euch gerade aufhaltet. Deshalb habe ich dieses Beispiel trotz seiner Einschränkungen und der Komplexität gewählt. Australien ist groß und die Bundesstaaten haben teils völlig unterschiedliche Regeln. Das ist wichtig, wenn ihr in Australien herumreist, denn ihr könnt nicht davon ausgehen, dass das, was in einem Staat erlaubt ist, im nächsten auch in Ordnung ist. Es sind ja sogar die gesamten strafrechtlichen Vorgaben unterschiedlich, je nach Bundesland. Auch bei schweren Straftaten gilt das, zum Beispiel bei Körperverletzungen, auch bei Mord. Vollkommen unterschiedliche Regeln, je nachdem, ob ihr zum Beispiel in Queensland oder in Westaustralien vor Gericht steht. Ein weiterer Unterschied, in Deutschland ist es verboten, ohne spezielle Führerscheine einen großen Anhänger, zum Beispiel einen Pferdeanhänger zu fahren. Da gibt es einen Zusatzführerschein. In Australien ist das erlaubt. Hier macht man einfach seinen Führerschein, dann kann man irgendwie dranhängen, was immer man möchte. Also über das Thema Straßenverkehr könnte ich ja stundenlang weiterreden. Es gibt so viele Unterschiede zu Deutschland. Zum Beispiel gibt es in Australien hier nach Bundesland auch keinen TÜV. Kleinkinder dürfen auch auf Privatgrundstücken Dirtbikes, also so kleine Offroad-Motorräder fahren und so weiter. Und es gibt andere Verkehrsregeln, die für Touristen oder Auswanderer sehr wichtig zu verstehen sind. Zum Beispiel ist das Wenden an Kreuzungen in Deutschland prinzipiell erlaubt. In Australien ist es aber ohne eine ausdrückliche Erlaubnis auf einem Schild in allen Staaten außer Victoria verboten. Es gibt auch kein Linksfahrgebot in Australien, also so wie das Rechtsfahrgebot in Deutschland, nur umgekehrt, weil man hier auf der anderen Seite fährt. Man kann also jede freie Spur nutzen, wie man will und entweder rechts oder links überholen. So, jetzt kommen wir zu einem herrlich kritischen Thema, das sicherlich schon viele Diskussionsrunden angeheizt hat. Es sind die Öffnungszeiten von Geschäften an Sonn- und Feiertagen. In Deutschland ist es ja bekanntermaßen Geschäften nicht erlaubt, ihre Pforten an solchen Tagen zu öffnen. Wer also am Sonntagmorgen in der Kölner Einkaufsstraße loszieht, der findet maximal traurig dunkle Schaufenster und ein paar einzelne flatternde Plastiktüten vor, aber eben keine bunte Shoppingwelt mit dudelnder Musik aus jedem Laden und Shoppern gern jedem Abend gleich ein halbes Dutzend Tüten tragen. Je nach Bundesland dürfen Sonntagsöffnungen an einigen wenigen Tagen im Jahr ja stattfinden, aber das ist eben ultra streng geregelt. Zum Beispiel darf es in Mecklenburg-Vorpommern pro Jahr nur vier verkaufsoffene Sonntage geben und die Öffnungszeiten der Geschäfte müssen außerhalb der Gottesdienstzeiten liegen. Unglaublich finde ich das, jetzt nachdem ich einige Jahre nicht mehr in Deutschland gewohnt habe. Und in Baden-Württemberg, da sind es nur drei Sonntage. Gibt es da irgendwelche Gründe für, warum hier vier, da drei? Überhaupt keines, macht alles überhaupt keinen Sinn meiner Meinung nach und da ist Australien ganz anders. Wie so oft variieren die Regeln zwischen den Bundesstaaten, aber generell und verallgemeinert ist die Entscheidung den Geschäften überlassen, ob sie an Sonnen- und Feiertagen öffnen. Finde ich prinzipiell gut, unter anderem auch deshalb, weil das mit hohen Auflagen verbunden ist. Wer nämlich an Sonnen- und Feiertagen öffnet, muss seinen Mitarbeitern viel höhere Löhne zahlen als zu anderen Zeiten. Sognannte Penalty Rates sind das also Zuschläge auf den Stundenlohn und die sind sehr, sehr hoch. Wir sprechen hier von einer Verdopplung oder Verdreifachung des Gehaltes. Da gibt es genaue Online-Rechner für. Und das ist ein echter Anreiz für viele, die auch genau zu diesen Zeiten arbeiten wollen. Was sagt ihr dazu? Ich bin ja hier total für eine Liberalisierung des Systems und ich finde, dass da in Deutschland die Kirchen und Gewerkschaften viel zu viel Einfluss haben und dass das ein typischer Bereich ist, den man einfach mal freigeben sollte und dann hat man ein besseres Outcome für alle Beteiligten. Nächster Punkt, es geht wieder um Regulierung. Morgens um 6.30 Uhr den Rasen mähen. In Australien generell kein Problem. In Deutschland natürlich streng verboten. Da gibt es ja zahlreiche Vorschriften zur Lärmbekämpfung, die sich aus den Landesemissionsschutzgesetzten in der Bundesländer ergeben. Und diese Gesetze sind, wie ihr wisst, sehr streng. Und es gibt klare Regelungen für Ruhezeiten, während denen lärmintensive Aktivitäten wie Rasenmähen, Bauarbeiten oder Partys eingeschränkt sind. Die Regelungen variieren in Deutschland zwischen den Gemeinden. Aber jeder, der mal in Deutschland gelebt hat, der versteht das halt so ungefähr und hält sich dran. In Australien gibt es ähnliche Gesetze, aber die sind entspannter. Und meines Erachtens werden sie auch nicht so hart umgesetzt, weil die Toleranzschwelle einfach viel höher ist. In unserer Nachbarschaft zum Beispiel, da werden oft schon morgen zum 6 Uhr Maschinen rausgeholt. Es ist eben hell und noch kühl und optimal, um sich in Haus und Garten zu kümmern. Das heißt natürlich nicht, dass es hier okay ist, ohne Rücksicht auf Verluste loszuerlärmen. Und man sollte sich schon mit den Regeln vertraut machen, bevor man da seinen Presslufthammer oder seinen Rasenmäher rausholt. Meines Erachtens liegen diese strengeren deutschen Regeln unter anderem an der höheren Bevölkerungsdichte in Deutschland und den entsprechenden Bedürfnissen nach Ruhe und Privatsphäre und im allgemeinen stärkeren Drang nach Recht und Ordnung in Deutschland, wie immer man das interpretieren mag. Kommen wir nun zu einem weiteren wichtigen Thema, Hackfleisch. Warte, Hackfleisch? Ja, absolut Hackfleisch. Dafür gibt es in Deutschland die Tierische Lebensmittelhygieneverordnung, kurz die Tier-LMHV. Und die legt in vielen einzelnen Paragraphen genau fest, was ein Geschäfts- oder ein Gastronom mit Hackfleisch alles machen darf und was nicht. Zum Beispiel dürfen Hackfleisch oder Fleischzubereitungen nach dem Auftauen nicht wieder eingefroren werden. Außerdem steht da genau drin, welche Tierprodukte nicht fürs Hackfleisch verwendet werden dürfen. Alles sehr detailliert und der Grund dafür ist, dass Hackfleisch eben sehr empfänglich für Keimbildung ist und entsprechend das gesundheitliche Risiko recht groß ist. Hackfleisch hat eine große Oberfläche und eine offene Struktur, die während der Verarbeitung sehr viel Luft reinlässt und das ist dann prima für alle Arten von Keimen und nicht so prima für den, der es isst, der sich dann mit diesen Keimen infiziert. In Australien gibt es auch eine Lebensmittelverordnung, aber die ist bei weitem nicht so detailliert und es ist auch absolut nicht verboten, Hackfleischprodukte einzufrieren und deswegen wird das in Restaurants auch regelmäßig gemacht. Nächster Punkt. In Deutschland ist es verboten, den Holocaust zu leugnen. Paragraph 130 Volksverhetzung im Strafgesetzbuch, der sagt, mit Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren oder einer Geldstrafe wird bestraft. Wer eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung, der in Paragraph 6 Absatz 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in einer Weise, wie geeignet ist, in öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung, belegt Leute oder verharmlost. Ich hoffe, ich habe das Wort. Das ist richtig aufgesagt. Also klare Sache. In Australien ist aber der Holocaust geschichtlich nicht so stark verankert wie in Deutschland und ist entsprechend nicht verboten. Es gibt einfach keine Sonderregel dafür. Das ist aber auch natürlich keine Einladung, an die, die das tun möchten. Und an dieser Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass die Meinungsfreiheit in Australien deutlich stärker eingeschränkt ist als in Deutschland. Also es gibt in Australien vielleicht kein konkretes Gesetz zum Thema Nationalsozialismus, sehr wohl aber harte Gesetze gegen Hassrede, Diskriminiere und Rufschändung. Das wird sehr, sehr ernst genommen. Und große gerichtliche Auseinandersetzungen zum Thema Verleumdung sind hier an der Tagesordnung. Jetzt mal ein etwas kritisches Thema. Eigentlich schon das dritte kritische Thema, wenn ich drüber nachdenke. Und eine kurze Inhaltswarnung. Es geht nämlich jetzt um Abtreibung. Deswegen halte ich das auch ganz kurz. Aber es ist ein Unterschied, über den wir sprechen müssen. In Deutschland sind ja Abtreibungen laut Paragraf 218 des Strafgesetzbuches erstmal prinzipiell verboten. Es sei denn, es findet eine Schwangerschaftskonfliktberatung, eine Beratungsstelle statt. Und die Schwangerschaft befindet sich in den ersten zwölf Wochen. In Australien ist ein Schwangerschaftsabbruch erstmal prinzipiell erlaubt. Die genauen Gesetze variieren aber zwischen den Bundesstaaten. Aber eine Beratung, eine Beratungsstelle, das gibt es hier so nicht. Es ist eher eine Unterhaltung mit einem qualifizierten Mediziner. Und der Schwangerschaftsabbruch ist auch länger als in Deutschland möglich. 15 Wochen im ACT und 24 Wochen im Northern Territory. Hochsensibles Thema und ich möchte euch ausdrücklich bitten, wenn ihr hierzu kommentieren möchtet, dann überlegt vorher kurz, ob euer Kommentar die Welt zu einem besseren Ort macht. Und wenn nicht, dann lasst es einfach. Okay, als nächstes wieder leichtere Kost. In Deutschland ist es verboten, beliebig seinen Vor- und Nachnamen zu ändern. Unter Umständen kann man eine Namensänderung beantragen, aber das ist schwierig und das unterliegt natürlich strengen Regeln. Auch die Namensgebung bei Kindern ist streng geregelt, sowie die Weitergabe von Nachnamen an Kinder oder Ehepartner. Das ist mit vielen Schwierigkeiten verbunden und nicht immer ganz gerecht. Selbst auf der Homepage des Bundesministeriums für Justiz kann man wortwörtlich nachlesen. So etwas wie das geltende Namensrecht ist an vielen Stellen nicht mehr zeitgemäß. In Australien ist das anders. Prinzipiell sind Namensänderungen auch gesetzlich geregelt, aber das Gesetz ist sehr großzügig und wer seinen Namen ändern möchte, kann das prinzipiell tun. Wenn ich morgen einen neuen Vornamen haben möchte, dann kostet mich das etwa 40 Euro und ist in einem kurzen Behördengang erledigt. Wie in Deutschland müssen aber auch in Australien bestimmte Gründe angegeben werden und man kann das auch nicht zu häufig machen. Wir kommen zurück zu einem ernsten Thema und zwar die aktive Sterbehilfe. Die ist in Deutschland rechtlich verboten und es stehen logischerweise hohe Strafen auf Verstöße. Seit Jahren wird ja in der Politik über dieses Thema diskutiert, aber ganz aktuell fanden zum Beispiel zwei Gesetzesvorschläge für ein Suizidhilfegesetz im Sommer 2023 keine Mehrheit im Bundestag. Vielleicht ändern sich die Gesetze ja in der Zukunft. In Australien ist aber die aktive Sterbehilfe in den meisten Bundesstaaten unter strengen Kriterien wie ärztlicher Aufsicht und dem Vorhandensein fortgeschrittener medizinischer Erkrankungen völlig legal. Das nennt man übrigens auf Englisch VAD, Voluntary Assisted Dying. Auch große gesetzliche Unterschiede gibt es beim Pet Topic Mülltrennung und Müllentsorgung. In Deutschland ist die richtige Mülltrennung ja seit der Einführung des Verpackungsgesetzes verpflichtend und im Kreislaufwirtschaftsgesetz gesetzlich vorgeschrieben. Das heißt, es ist verboten, seinen Müll wild gemischt zu entsorgen. Drehen wir den Blick Richtung Australien, dann sehen wir zwar, dass es hier auch Gesetze zum Thema Entsorgung gibt, aber so richtig funktionieren tut das nicht und zumindest auf Verbraucherebene sind Bußgelder hier wirklich ausgeschlossen, wenn man nicht gerade Illegal Dumping betreibt, also seinen Müll irgendwo in der schönen australischen Landschaft ablädt. Hier in Brisbane hat man zwei Mülltonnen, eine für den Restmüll und eine für gemischtes Recycling und ich kenne viele Leute, die das überhaupt nicht rallen, die machen einfach erst die eine Tonne voll mit ihrem Müll und dann die zweite Tonne. Also ich kann mir vorstellen, dass das, was hier in den Recycling-LKWs zum Sortieren ankommt, wirklich richtiger Müll im wahrsten Sinne des Wortes ist. Die meisten Leute haben daran einfach mal gar kein Interesse. So, jetzt sind wir auch schon beim letzten Punkt angelangt. Ihr kennt das vielleicht aus den amerikanischen Spielfilmen. Auf dem Kaminsinn steht die Urne mit der Asche der Großmutter und je nachdem, wie viel der Drehbuchautor beim Schreiben gekokst hat, da fällt die Urne im Laufe des Films runter und zerbricht in tausend Scherben. Diese Szene könnte man so in Deutschland nicht drehen, denn in Deutschland besteht ja ein Friedhofszwang beziehungsweise eine Friedhofspflicht. Das heißt, es ist verboten, eine Urne einfach bei sich zu Hause aufzubewahren. In Australien nicht, da ist es völlig legal. Es ist erlaubt, die Asche seiner Liebsten in einer Urne zu verwahren und es ist auch erlaubt, die Asche auf dem eigenen Grundstück zu verstreuen. So, das war ein buntes Sammelsurium an Themen. Heute 15 Beispiele für Dinge, die in Deutschland verboten sind, in Australien nicht. Jedes Thema für sich könnte man schon als Material für ein eigenes Video verwenden. Falls euch irgendwas besonders interessiert, dann packt das bitte in die Kommentare. Wie immer freue ich mich, denn eure Kommentare helfen, dass ich mehr Videos produziere, die auch genau die Themen ansprechen, auf die ihr Lust habt. Ich bedanke mich an dieser Stelle, lasst ein Abo da und bis bald.